Und Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video-Extra-Klasse. Der Steven Seid war mal wieder auf dem Weg und hat einen neuen Trend gesucht. Zwischen leeren Flaschen, einer Astra-Dose und Kopfhörerhaltern bis hin zu Equipment vom neuen Video. Hatte er auf seinem Handy einen neuen Trend gefunden. Und zwar heißt dieser Trend FaceApp. FaceApp habt ihr sicherlich alle schon mal gehört. Macht das Gesicht älter. Mal gucken, wie ich in 80 Jahren aussehe und wie ich vor 10 Jahren aussah. Und dann habe ich noch 2, 3, 4, 5 YouTuber dabei, wo ich es auch machen werde. Aber ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder beim Video der Extra-Klasse. Leute, wir gehen ganz, 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 ganz schnell in diese App rein. Ich mache euch mal die Aufnahme an. Die stylische Bacardi-Brille. Hallo, hier bin ich. Muss ich die Brille wieder absetzen? Aber ja, Leute, Equipment für das neue Video. Dann werdet ihr sehen. Sind wir jetzt in der App drin. Machen wir jetzt ein Foto. So. Das selfie ist ja mal wunderschön geworden. Man sieht überhaupt nicht meine Augenringe. Kappa. So, jetzt kann ich die geile Brille auch wieder aufsetzen, damit ihr meine Augen nicht seht. Da kommt nämlich der Kater raus. So, Foto wird bearbeitet. Jetzt bin ich ja mal gespannt hier. Das haben schon so viele YouTuber gemacht. Jetzt haben wir uns mal ein schönes Lächeln ins Gesicht. Klassisch. Da bin ich jetzt mal gespannt, was da jetzt rauskommt, du. Ich habe nämlich in dem Bild nur... Ach, du Scheiße. Das zauert einem Zähne ins Gesicht. Okay, Leute, hier seht ihr mein schönes Lächeln. Na, nie gleich. Na, nie gleich. Alter, jetzt bin ich gespannt, wie ich 60 Jahre aussehe. Opa, Alter. Hier ist mein Opa auf dem Bild. Seit wann trägt er Cottbus-Trikots? Das war echt lustig. Ich sehe aus wie mein Opa. Grüße an dich. Guck mal, wie ich mit schwarzen Haaren aussehe. Ich habe ja eh fast keine Haare. Ja, Leute, ihr seht ja auf jeden Fall die schwarzen Haare bei mir. Stehen mir auf jeden Fall. Komplett pechschwarze Haare. Moin, moin. Jetzt gucken wir uns mal meine andere Visur an. Ich habe ja gefühlt keine Haare. Ich sehe eins zu fucking, eins aus wie so ein Bauer. Ach, das ist anders wieder alles nur Pro-Version. Brille. Jetzt machen wir mal eine Brille auf. So eine Brille habe ich ja hier. Aber eine richtige Brille. Aber ich sehe ja voll schlau aus. Ich bin safe dann so ein Abiturient mit 1,0, Alter. Junge, mein Level geht da ja mal 20 mal hoch. Beziehungsweise, wir gucken uns mal von einem bestimmten YouTuber an, wie der in ein paar Jahren aussehen würde. Gucken wir uns mal an, wie der in 60 Jahren aussieht. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, Alter. Dehner in 60 Jahren machen den mal alt. Er hat auch ein Video darüber gebracht. Kong Crafter in 60 Jahren und graue Haare. Das sieht halt jedes Mal gleich aus so. Aber es geht fit. Es geht komplett fit. Wenn euch dieses schmackhafte, kurze und nicht gut geschnittene Video gefallen hat, sehr gut zusammengefasst, in irgendwelcher, 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 irgend noch was weise, dann gebt einen Daumen. Für alle ein bisschen für diese Brille muss es einen Daumen geben. Einen Daumen nach oben. Leute, ihr seht ja schon, dass ihr kümmert was anderes Video. Aber ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Doch, schnell am Ende. Dafür, dass du das nächste Video. Und ich würde sagen, wenn euch dir gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und verfolgt euch hier bei den Wochen Daily Vlogs jeden Tag, 22. bis 28.7. Seid dabei.